Snipe auf dem? Ja... Ja, das ist dann sicher geil. Ich bin nicht schlecht auf dem. Ich mag die Masse aber trotzdem. Ich mag die einfach. Einfach weil du durchrenn kannst. Überall. Ah, das ist super. Geil. Ja. Du bist oft gespielt dort, Alter. Man sieht weh. Boah, der ist voll ungewohnt. Der hat den Countdown auf Crest. Ja, oh. Sensi auf 800 dpi. Jetzt geht's nicht. Oder fieße direkt die Steuerung hier. Oh, Pika oben, keiner, Mann. Wenn man das nicht macht... Meine Maul... Ich hab irgendwas mal in der Teste gemacht. Die klemmt die ganze Zeit. Ey, da piegt kein... Na, kein Gegner. Oh, komm. Ist das denn lieber sich in der Base oder was? Ich hab noch irgendwo hingehört. Unten? Links unten. Ja, die sind ein bisschen minimal kacke. Ey. Was? Na komm. Mal hier. Darf ich das mal erst bestellen heute? Mann, bitte. Ich hab zwei Afka. Ja, ich hab kurz mein Handy. Wieder ausgemacht. Fire and go. Boah, ich mag die Map, Alter. Bester. Ja. Komm mal überlegt. Lass die mal öfter da drin, Mann. Ja, der muss da was bei CW finden. Da spielt keiner noch während des CW. Vielleicht in der Untergrund nicht dabei. Ja, noch einer. Boah. Ja, wo kann ich hier überhaupt noch anderes aus da hinten? Hier, hier, hier. Hier, Niki. Ja, den. Hier, wo es leuchtet. Hä? Ja. Ja, Niki, willst du ein bisschen CSGO-Waffen spielen? Ja, die kenn ich doch. Ja, komm, ein bisschen CSGO. Nicht, dass ich dich umgewöhnen muss. 5-4. Hey. Wie cool ist er, dass er danach kann CSGO-Waffen spielen? Nicht? Warum? Ah, ich weiß, es trifft da nichts von unten. Ist doch egal. Digga! Guck wie Muscle spielt, guck wie ich spielen. Ich hab auch nix von Ding. Hui, ich darf hier nix. Spoke! Ich höre schon über CSGO. Au. 56. Ist hier ja noch. Komm. Jumpshot! Pss! Hinter dir, Muscle. Da war dein Ding. Pff. Hehehehe. Ich hab grad da ruhig hinter der Randfahrt. Das ist fertig natürlich. Keine Schocks. Ja. Ach, komm. Pff. Pff. Komm mit dir. Ich hab im Kumpfer nahe. Pff. 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 Ich weiß, was für Knife in CSGO noch fehlt. Ach, mein Keres. Pff. Keine Schocker. Pff. 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 Alle von euch schon am snipen können das Sinn? Nein. Ich hab ne Diebe. Pff. Pff. Ist das geschissen? Was ist denn der Pisskopf? Hinten. Seid da einfach. Pff. 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 Gib ihm hin. Pff. Dumpshot. Wo ist er hin? Achtzig. Pff. 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 Was sind die? Die waren alle drei under. Ja. Ne. Da wird wieder lang, dann gibt Niki ein Brett. Niki ist erst mal auf. Fert an. Ja nicht lachen, renn, Alter, ihr los, komm. Marcel, komm, mach safe jetzt, ey. Neun. Ach, ihr Antis. Warum geht's nicht? Weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, da hochzulaufen. Ei, Alter, Leute, das ist nicht euer Ernst. Ich weiß nicht, ihr habt extra Rebate, damit du den neifen kannst, aber ne. Ey, Digga, ich bin da nicht hochgekommen. Könnt ihr überhaupt was, Leute? Nein, ich versuch ihn aus. Hauptsache nicht zweiter. Hauptsache nicht erster. Ja, mit so einem Rotz brauchst du nicht kommen, Alter, das ist absolut nicht witzig. Ne, nur Schuh. Hauptsache nicht erster. Okay. Alter, der hat an. Links ist einer, Marcel. Rechts ist einer. Rechts ist einer. Rechts ist einer. RIP, Niki. Alter. Der nervt, Alter. Ich schwör, das verlieren wir wegen euch Antis. Nein. Ja. Ich hab... Ich steh positiv, ich bin zufrieden. Neutral. Neutral. Neutral ist bei mir schon positiv. Ja. Ich muss auch nicht hier negativ. Es reicht. Wo steht der Sniper? Nell. Ach man, wo die MP aufgeben. Frag ja. B-Haus. Das schmeißt nach unten, ja. Vor allem oben. Boah, die hören mit dem Frack. Ja. Wenn ihr euch drei jetzt noch holt, ne? Ey, ich wollt schon sagen. Ja. Ich hätte ihn nicht mehr geschafft. Schau auf die Time. Oh man, okay. Okay. Warte auf der Maul, okay? Warte auf der Maul. Töte das. Ich hab' ich noch ein bisschen um die Türen abzuschließen und alles erstmal vorher rausgeräumen, außer dann weiß ich nicht wie der. Erling geht in den Keller, David da. Ja, stimmt. Der ist aber bei dir, Nicky, das weißt du schon. Ja, und von dem Keller ist David und Nicky. Ach, David ist unerderdings noch. Ja, aber David hat nicht verraten, Volkerkeller. Ey, wer ist noch auf A, deshalb bitte oben gucken. Ich ja, gut, mach ich, mach ich, mach ich. Oh. 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 Boah, die sind hier alle! Nein, sie sind nicht. Einer auf D, A und U. Das ist hier. 74, 66. Kann es doch mehr? Pfff! Du bist einfach reingesprackt. Ich weiß, wo du meinst, wo man gut Tracks machen kann. Stimmt aber. Aber wenn wir einen gesehen, der hat hier durch so einen Schott gedrückt ey. Du kannst da auch nicht vier Kau so machen, weil die meisten da nicht gleich gucken. Alle unten Ach, das ist der Hurenso von denen Und? Smog Kill Der Hurskopter unten, oder? Oh, Level 39, nice, perfekt Voll Energie Voll Energie, ich hab grad XP-Booster geklatscht Ich lad dann sowieso noch zweimal mit Kristallen auf, dass ich dann endlich hier Ich benutze jetzt hier erstmal, dass ich hier Vampir-Fu-Yusen kann, beim Bastard Oh, los, rechts, rechts, links, Mitte, rechts, rechts Echtz? Ähm, nein Warum hast du noch nicht geklatscht? Weiß nicht Ich weiß auch nicht Ich gewinne das nicht, das stimmt an mir Hm Das sind ja keine Gegner, das ist sehr langweilig Geht schnell aus dem Rennen dann, Marcel Bist du doch Machst du danach noch eins? Ja Digga Mach Albert mit Oh 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 Mann Was für ein Wohnsohn Niki, wer macht dann mit? Albert Achso, aber 5er Ich bin weg Achso Warum bist du denn da? Weil ich weggehe Weil ich weggehe An die Luft Niki, wieso drehst du eigentlich nicht auf die AKP? Ohne, die wird sich doch gut mit deinem Cookie beißen Vor allem, weil die Crids noch da sind, ne? Äh Noch einer, ey Sehen seinen Account ist eh bald gebannt, der hat schon wieder an, siehst du doch Das ist der neue Monitor Hör an Hör an Hör an Monitor hat er an Und Unten Links 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 Unten W-A Start Hör mal diese mt hin rüber Na Hör mal die mt hier rüber Hör mal die mt hier rüber Ah ich hab euch auch verliebt Was ist das für'n bug? Cool Falls sagst du das ja raus Bei einer 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 die hände in der kiste da geste dahinter das ist er selbst sein fahrers mutter